Ja, und damit darf ich euch begrüßen zu einem wunderbaren neuen Let's Play. Also ich hoffe mal, dass es wunderbar wird. Ich habe sehr lange drauf gewartet, The Forest ist endlich erschienen. Jetzt gerade, in dem Moment, wo ich das hier spiele. Also gerade untergeladen, ganz frisch. Ja, da ist auch schon angekündigt, wann es geupdatet wird. Die Alpha-Version zocken wir, ein Survival-Horror-Game. Und ich hoffe, es wird so klasse, wie in den Trailer angekündigt wird. Gut, ich habe es gerade schon mal einmal kurz gestartet, ob es läuft. Aber ich habe noch nichts gemacht, also keine Angst. Wir werden das hier zusammen erfahren, zusammen erkunden. Ich denke mal, das wird auch noch ein bisschen ausgeschmückt hier. Das sieht noch ein bisschen trist aus. Aber was wir jetzt erwarten, ist es halt die erste Version jetzt gerade. Gut, wir starten einfach mal. Gut, ich hoffe mal, das hat eben ziemlich lange gedauert. Ich hoffe mal, das dauert jetzt nicht so lange. Wir werden sehen. Ja, ich freue mich. Aber einerseits, ich habe aber auch Angst ein bisschen. Weil die Stellen mit diesen komischen, ich weiß nicht, das sind Eingeborenen. Das sah schon ein bisschen, ja. Und gerade heute mache ich mein erstes Let's Play alleine. Ganz alleine, ohne meinen Mitstreiter. Ach, Mensch. Das kann ja nur gut werden. Ja. Ja, wie gesagt, es dauert ziemlich lange. Hm. Vielleicht mache ich auch einen Schnitt rein. Das werdet ihr jetzt sehen. Wenn es jetzt gerade wieder startet, bin ich dann labere ich noch ein bisschen weiter. Das werde ich mal schauen. Kann ja auch sein, dass es jetzt gleich schon vorbei ist. Und dann lohnt sich der Schnitt ja auch wieder nicht. Komm, schauen jetzt. Ich will hier survivalen. Hm. Ah, okay. So, da sitze ich nun im Flugzeug. Mein Sohn, wie ich denke. Ich hoffe, es ist mein Sohn. Wo geht es denn hin? Aber es ist ziemlich leer hier, ne? Wir sind die Einzigen. Ach. Was ist denn? Für ein roter... Ah. Ja, okay. Das kann ja nur gut enden. Mist, Mist, Mist. Halt dich fest. Ah. Ah. Boah. Lebe ich noch? Ja, ich soll unterleben. Mein Sohn? Da ist er ja. Ah. Ey, Finger weg. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin erstarrt vor Angst anscheinend. Ja, dankeschön. Was soll das denn bitte heißen? Gut, wir haben eine Mission. Oh, was ist mit mir denn los? Ich bin... ... 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 Okay. Hier habe ich also allerlei. Alles für Energie? Alles? Alles? Ah, okay. Ein Feuerzeug habe ich auch schon. Das ist gut. Survival Guide? Everything you need to know to survive. Das ist doch gut. Dann kann ich ja gar nicht verlieren hier. Okay, dann sammeln wir mal schön weiter. Oh, was? Wo kommst du denn her? Da komme ich mir vor wie Schneewittchen. Also das kann ich ja alles mitnehmen. Das wird jetzt nicht verbraucht. Dann bitte schön. Mitnehmen? Ja, okay. Danke. Noch was zu essen. Unten scheint mein Magen zu sein. Und da esse ich was und habe keinen Hunger mehr. Das ist gut zu wissen, dass man das hier auch machen muss. Aber sowas vergisst man auch immer leicht. Finde ich. Ja. Oh. War das ein Vogel oder war das? Ah, scheiße. Es ist noch tagsüber. Lass mich bitte erstmal hier reinkommen. Irgendwas. Gib mir die Axt. Dankeschön, junge Frau. Oh, guck mal. Das ist gar keine Tropeninsel, ne? Oder bin ich überhaupt noch auf einer Insel? Ich hoffe. Oh, ich hoffe nicht. Ich hoffe, sag ich schon. Ich hoffe, ich bin auf einer Insel. Wird er nie wieder gefunden. Ein Stein. Rock added to backpack. Ja, schön. Kann ich auch ganz viele Steine tragen? Nehme ich alles mit. Alles, was ich kriegen kann. Steine scheinen daher selten zu sein. Oh, da noch mehr. Ja, wir haben die typische WASD-Steuerung hier alles. Doch da kommt man schnell rein, will ich behaupten. Boah, die Steine, ey. Ich liebe Steine. Anscheinend liebe ich Steine doch nicht. Ein Sitz. Das erste, was man machen sollte, ist, sich einen Unterschlupf bauen eigentlich, oder? Was ich mich gerade frage. Ich habe es ja eben schon mal angespielt, wie gesagt. Und starte ich jetzt woanders? Also eben, als ich eben gestartet bin, da war ich direkt zum Strand. Direkt am Flugzeug. Das war eigentlich ziemlich schön. Und irgendwie fühle ich mich am Wasser immer ein bisschen sicherer. Learn the basics of survive. Press B. Das machen wir doch mal. Was? Ach, erzähl nicht. Guckst du mich so an? Kriegst du da gar nicht mit der Axt? Komm her! Komm her! Komm her! Zack! Was? Ah! Ah! Stärker als gedacht? Will er mich locken? Komm her! Ey, das gibt es doch nicht. Ah! Okay! Ich bin gestorben. Also das muss ich noch üben. No health, ja. Das habe ich mir gemerkt, dass ich keine Leben mehr hatte. Wo starte ich jetzt? Ich meine, ich habe ja noch nicht viel geschafft. Ich habe ja nur Steine gesammelt. Das ist jetzt halb so schlimm. Ne! Ne! Das fängt ja super an, Leute. Ich will nicht hier sein. Das ist ganz schlecht. Ach, du Kacke. Ne, ne. Jetzt bereue ich es gerade, dass ich es dunkel gemacht habe hier. Gibt es hier irgendwelche Waffen? Maschinenpistolen? Was ist das denn? Essen. Essen ist gut. Da, eine Axt. Meine. Na, toll. Vielleicht hätte ich den einfach nicht verfolgen sollen. Ach, ich bin so doof. Ach, Mensch. Ich will hier ganz schnell wieder raus. Liegt da was? Ist da was? Ja, da ist was. Kann ich das jetzt nicht einsammeln? Wo geht das nicht? Habe ich zu viel bei? Ich hoffe, hier geht es hier irgendwo raus. Ach, nö. Das Blöde ist du. Ich kann mich ja... Also, ihr habt ja gerade selbst gesehen, wie ich mich gewehrt habe. Das war ja nicht gerade glorreich. Da scheint es raus zu gehen. Oder? Ist das so? Ist sie draußen? Ist das draußen? Oder ist das eine riesige Höhle? Na, toll. Ähm... Ich gehe mal erstmal zurück. Das scheint mir hier nicht so richtig zu sein. Die Musik sagt mir, dreh um und komm nie wieder. Ich habe hier auch noch gar nicht richtig geguckt. Ich hätte jetzt keine Angst. Das ist jetzt einfach so. Das mit... Also... Ach, scheiße. Ah. Und gerade hier werde ich allein gelassen. Ihr müsst mich auch unterstützen. Was ist das hier? Breathe. Ja. Learn the basics. Ich will jetzt gerade eine basics lernen. Also, hier will ich mir keinen Unterschlupf bauen. Nein, danke. Ich nehme einfach alles mit hier. Was ist das denn? Gibt es hier her oder ist hier Sackgasse? Ja, mach das wieder. Oh. Oh. Eine Leuchtpistole. Ja. Jetzt fühle ich mich schon fast sicher. Eine Kerze. Nein, Mann, 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 Mann. Ich glaube... Ich glaube... So leid es mir tut... Wir müssen hierher. Also, wir müssen da her, wo ich eben hergegangen bin. Oh, nein. Das ist doch echt nicht doof. Nicht doof, ja. Das ist echt doof, würde ich sagen. Und ich weiß, ich glaube, wir haben auch Fackeln jetzt und alles. Nur ich glaube... Ich weiß nicht, da habe ich gerade keinen Nerv zu. Ich sehe ja auch fast genug. Kann ich jetzt hier eigentlich irgendwie wechseln? Meine Waffen? Hm. Das ist nicht gut. Warum lebe ich denn überhaupt noch? Warum bringen die mich hier hin? Oh, oh, oh. Da will ich nicht hin. Viel da nicht hin. Aber wir müssen eigentlich auch unseren Sohn suchen. Der muss hier ja auch irgendwo sein. Boah. Macht das scheiß Feuerzeug wieder an. Ich fühle mich auch so verfolgt. Oh, ich muss natürlich da her. Von wegen Open World. Was ist denn hier? Aha. Geld. Da kann ich mir bestimmt viel von kaufen hier. Oh, ich schreck mich schon vor dem Feuer zurück. Ach, du Kacke. Das finde ich doch etwas beklemmend. Muss ich schon sagen. Oh, ich weiß doch, was hier kommt. Hier kommt doch gleich irgendwer. Ja, da. Da ist doch... Oh nein. Sehen die mich? Ja. Ich renne jetzt mal. Ich renne. Versuch mal zu rennen. Ah. Du Eumel. Bist du auch zu atmen? Ah. Ich will mich nicht umsehen. Renn, 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 renn. Jetzt renn doch mal. Ah, scheiße. Da. Ja, das ist doof, ne? Aber die kommt schon wieder, glaube ich. Ah, 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 ah. Hau ab. Haha, das mögen sie nicht. Ah, 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 ah. Oh mein Gott. Oh, dass ich diese Leuchtpistole gefunden habe. Was hätte ich denn ohne diese Leuchtpistole gemacht? Bin ich jetzt weg? Bin ich in Sicherheit? Aha, hier muss ich krabbeln. Kann ich das jetzt nicht schießen? Oder was mache ich jetzt hier? Ah, okay. Lass mich raus! Was ist das für eine Tür hier? Es braucht auch keiner eine Tür. Ich bin draußen. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Anfang? Okay, jetzt muss er gerade ein bisschen nachladen, glaube ich. Was ist denn das für ein Spiel? Also für ein Anfang für ein Spiel. Oh, ich will das mal weg von dieser Höhle. Ich habe auch keinen Bock, wenn es jetzt dunkel wird, dass wir jetzt zurück... Obwohl, der kann auch sogar bei Tag, ne? Der Olle. Der blöd Mann, ey. Ich habe so eine Lichtung. Ich habe Musik. Hört ihr die auch? Oh, das ist gar nicht so... Oh. Oh. Zelte. Oder war es eine Mücke? Kann ich hier reingehen? Hallo? Was sage ich mit den bösen Feuerzeugen? Das ist jetzt irgendwie... Wie habe ich das denn eben angemacht? Ich war so voller Stress, dass ich ganz vergessen habe, wie ich dieses Feuerzeug angemacht habe. Kann ich jetzt hier sagen? Hm. Hm. Was steht denn da hier? Equip L. Linke Maustaste. Ja. Und kann ich jetzt auch N-quipen? Wie man das schon schön sagt. Im Fachjargon. Wenn er das jetzt die ganze Zeit in der Hand. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Ich werde jetzt auf jeden Fall nach dieser Folge vielleicht eben noch einen anderen Spielstand machen. Die Frage ist, ob ich speichere ich hier gerade? Ich will nochmal eben was gucken. Ja. Der hält aber nicht an, das Spiel, ne? Also, der hält das Spiel nicht an. Aha. Okay. Hide from bla bla bla. Oh, und save your game. Also, das muss ich jetzt bauen. Vier Steine, vier Baumstämme und sechs Äste. Das müssen wir jetzt schnell zusammenkriegen, damit wir speichern können. Bevor jetzt irgendwas kommt. Aber hier will ich auch nichts bauen. Habe ich die Steine denn noch? Los. Los. Oh, das dauert ja ewig. Oh, mein Gott. Tut sich da überhaupt was? Ah, okay. Wängst du, dass ich so Minecraft-Style, als ich hier mit der Handkante arbeiten muss? Oh, hoffentlich reicht ein Baum. Ja. Muss ich auch da dieselbe Stelle immer schlagen hier? Tut mir leid, Vogel. Da hast du, glaube ich, gewohnt, aber ich muss auch irgendwo wohnen. Ein paar Bäume gibt es da hier noch. Was? Ah, jetzt rollen hier ganz viele Baumstämme rum. Bis da hinten hin. Kannst ja auch keiner zählen. So, und wie kann ich jetzt click to place? Ah, okay. Nein. Regnet's jetzt? Bäh. Bäh. Unten jetzt die Baumstämme. Hier ist einer. Ah, okay. Stark sind wir, ne? Ja, das ist ja... Oh, nein! Oh, nein! Warum kommt der denn schon wieder? Das ist doch nicht wahr. Haut ab! Haut ab, ihr Blöden! Meine Güte! Nee, hier baue ich nix. Was? Das ist doch nicht wahr. Kommen die schon wieder? Ich glaube, wir waren noch nicht weit genug weg, kann das sein? Wir sollten uns auf jeden Fall... Hinten wird immer noch eingeblendet. Auf diese Lichtung hier begeben. Leute. Stehen die schon wieder hinter mir? Ich glaube es ja nicht. Ich würde gerne was bauen, ne? Langsam mal. Kommen die bei Regen raus? Oh! Was? Eine Gans? Oh, das leckt jetzt aber gerade ganz schön. Hier. Äh. Ähm. Bin ich jetzt hier im Wasser, oder bin ich... Oh, okay. Ach, guck mal. Wir haben aber noch die ganzen... Ich versuche das jetzt nochmal. Ich hoffe, wir... Ich komme jetzt hier nicht direkt wieder. So, ein paar Steine. Jetzt muss ich natürlich noch einen neuen Baum fällen. Jetzt... Man kann sich nicht mehr tagsüber sicher fühlen. Das ist ein bisschen... Das stresst mich ein bisschen. Muss ich ja sagen. Ich kann jetzt ja nicht mal hier in Ruhe diesen Baum fällen, ohne dass ich jetzt... Aber ich würde gerne in dieser Folge noch einen Unterschlupf bauen. Ja, du mit dein Feuerzeug. Da muss ich auch erst mal gucken. Ob das da irgendwie mal anders hinbekomme. So. Klick. Kannst jetzt mal... Ja. Dankeschön. Wo? Okay. Äh. Das kostet aber auch Zeit, ne? Jetzt hier so ein Ding zu bauen. Der ist nicht mal so eben hingeschustert. Wo ist der Rest? Das war doch nicht nur ein Baumstamm. Okay. Aber ich glaub's euch. Aber ich bin echt nervös. Und er auch. Wie man hört. Ich habe einen Stein aufgesammelt. Das ist aber auch dicht bewachsen hier. Da ist noch ein Baumstamm. Es ist so ruhig. Es ist viel zu ruhig. Ich habe Hunger. Das ist natürlich doof. Wie esse ich denn jetzt was? Habe ich denn noch was bei? Ich habe noch ein paar Sachen, glaube ich. Aha. Wie viel füllt das auf? Das sieht gut aus. Ja. Da fühle ich mich doch gleich besser wieder. Ach. 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 Diese Vögel. Landet sogar auf dem Feuerzeug. So. Ich brauche jetzt natürlich noch mehr Bäume. Da hinten. Da sind die schon wieder. Es ist doch nicht wahr. Wie viele gibt's denn von denen? Da. Die haben mich schon gesehen. Soll ich mich nochmal stellen? Ich will jetzt hier mein Lager verteidigen. Das Ding ist. Ich würde gerne meine Leuchtpistole wechseln. Aber ich weiß nicht wie. Ach. Eine Frau. Ach. Mensch. Da ist ein gekriegt. Doof gelaufen. Ja. Oh. Ihr seid aber fix, ihr Typen, ne? Ich esse euch selbst auf. So. Zack. 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 Mann. Warum stirbst du denn nicht? Du hast schon viermal einen mit der Axt gekriegt. Haut ab. Haut ab. Ich bin gleich selbst wieder tot. Ich sehe es schon kommen. Ich glaube, da muss ich das auch nochmal neu starten, glaube ich. So leid es mir tut. Das ist nicht der Sinn der Sache hier. Ah, okay. Wir haben zwei Tage überlebt. Ja. Ich hoffe, beim nächsten Mal schaffe ich es ein bisschen länger. Und konnte euch einen kurzen Einblick geben in dieses Spiel. Ich habe einen Einblick bekommen. Man hat sehr viel Paranoia. Finde ich. Aber es ist cool. Es kann was werden. Würde ich da erstmal reinkommen. Vielleicht übe ich das nochmal kurz. Anscheinend scheint es ja ein bisschen... Ja. Bis man stirbt halt zu sein. Ich weiß nicht, ob man den Sohn jetzt finden kann. Das werden wir noch erfahren. Aber gut. Ihr habt auch mal einen Einblick bekommen. Und wenn es euch gefallen hat... Ne? Schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei The Forest. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020